Willkommen zurück bei Minecraft Warp. Hier vorm Haus, vorm Haus, vorm Haus, vorm Haus. Yes! Gut. Ich musste hier ins Haus gehen, weil nachts zu viele Monster draußen rum. Hier steht noch einer hinterm Baum, falls du einen brauchst. Ich hab aber jetzt. Sicher? Hat der gezählt? Guck nach. Ja, claim reward hab ich jetzt gerade gemacht. Alles klar, dann klatsch ich den. Wo ist der? Jetzt ist er weg. Oh. Nee, er ist hier noch irgendwo. Oh. Ich muss mein Inventar mal leer machen. Egal. Ich such den jetzt nicht großartig. Ich muss mich um meine Strings kümmern hier. So. Tak, 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 tak. So. Ich muss mir ja mein Tent Leather machen hier. Hattest du mir Knochen in die Kiste gelegt? Ja, zehn Stück. Nice. Oh. Oh, das dauert so lange, bis ich diesen Rucksack hab. Ähm, welche Kiste? Boah, das fragt mich doch nicht. Ah, Chocoball. Der will mich umbringen. Ah, da hast du es reingelegt. Irgendwo halt. Ja, ich hab's schon. Sei mal nicht so aggressiv, ja? Er hat immer noch nicht so sensibel. Nur weil dein Target noch nicht aufgenommen hat heute. Er nimmt noch auf. Ich bin mir sicher. Ich finde, er muss. Ich kann leider nichts machen, bevor er nicht aufgenommen hat. Ach ja, der Goro. Ja, kann man dir jetzt das schon sagen. Ist ja die nächste Folge bei dir. Ja. Du hast es ja nicht gepackt. Ja, hättest du auch gestern schon sagen können für die Folge. Nein, nein. Die kamen um 15 Uhr und die kamen danach hier. Spoiler das nicht. Mein Rucksack lügt mich an. Bin ich so ein Spoiler, wie du? Okay. Spoiler-rare. Spoiler-ra-ra-ra-ra-ra. Spoiler-rare. Noch mal Zink. Ich war auch noch rein. Was sagt Dr. Zink dazu? Weiß nicht. Der Grants hat... Graffing-Task. Ich muss einen Backpack craften. Ja. Hattest du Sachen dafür? Nachnehmen kann ich da machen, ne? Ja, wenn du Rotten Flasch hast. Ansonsten, ich habe ohne Ende Leder im Winter... Rotten Flasch kochen oder was? Ja, einfach in den Ofen schmeißen. Ich hatte gerade einen kurzen Lag. Ein Lag? Nehme ich überhaupt auf? Ich habe gerade auch geguckt, ob ich überhaupt aufnehme. Du nimmst auf, ne? Mhm. Das ist gut. Ist vom Vorteil, sagen wir es mal so. Ich bin ja ein echter Profi. Oh, ich brauche noch mehr. Das ist so eine ätzende Quelle. Immer noch nicht mein Target, ey. Immer noch nicht mein Target. Ach, ich habe noch Bornmeans. Der nimmt heute bestimmt nicht auf. Was? Der nimmt heute bestimmt nicht auf. Weil er Angst hat. Kurz vor TTT höchstens. Während TTT. Ja. So, Jungs, wir halten mal kurz alleine. Ich muss mal hier was machen. Ja. Dann höre ich auch auf. Wäre das geil. Gehe ich mit raus. Dann mache ich das auch. Oh, das würde ich feiern. Ja, natürlich würdest du das feiern. Du wärst ja auch so ein Typ, der das machen würde. Ja, hätte ich ja auch gestern gemacht. Ach, ja. Ach, ja. Das gehört da nicht rein. Ich sortiere jetzt nebenbei noch ein bisschen meine Kisten, während ich die hier so leer räume. Was brauche ich denn? Ich brauche nur Leder dafür. Nur Leder vom Rucksack, richtig. Ich habe hier noch einen Leder-Rucksack, aber den musst du wahrscheinlich selbst craften. Du musst den wahrscheinlich selber craften. Okay, Uranium kann nicht in den Ofen. Dann kommt das wieder so rein. So. Livingwood habe ich hier noch. Das Botania, das kommt da hin. So, ich habe einen Kompass. Yeah. Chocobo! Das ist immer so befriedigend, wenn das Geräusch kommt. Mhm. Dann denkt man, man hat was geschafft. Jetzt muss ich ein Large Backpack machen. Ja, das ist das, was ich gerade mache. Was braucht man dafür? Ganz viele Strings. Strings? Strings. Oder Bones. Strings. Und die Bones habe ich nur benutzt, damit ich mein Stringfeld aufwerten kann. Bisschen mal. Ja. Aber, warte mal. Hatten wir nicht einen Turm mit Spinnen? Ist hier in dem Turm noch ein Spinnen-Spawner drin? Nether Hunting. Stimmt, das können wir auch machen. Wir können in den Nether gehen. Wühlst du dich für den Nether bereit denn? Ne. Ganz ehrlich, nein. Eigentlich auch nicht. Ich möchte eigentlich lieber in der Overworld bleiben. Aber der Nether ist schon böse. Aua! Okay, ich kann mal Spinnen. Das ist schon mal gut. Hier kriege ich Strings. Ich habe nur kein Essen. Hast du Essen? Ja. Ich brauche Essen. Hast du ein ganz schön Problem hier gerade, ne? Ja, ich muss mal gucken nach diesem Apple Juicer oder so. Warte mal. Ich bin in meinem Haus, wenn du Essen brauchst. Ja, warte, ich komme gleich. Apple Jelly. Ne, Apple Jelly nicht. Apple Juice. So, da brauche ich einen Juicer. Ja. Da brauche ich Steine für. Hier, da hängt es schon an. Ich bin froh, dass es hier überhaupt ein Nei gibt. Hast du, da brauche ich Bound Leather. Genau, da brauchst du dieses gebundene Leder und dann machst du daraus Tent Leather. Glaube ich. Ja, genau, wenn du es dann kochst. Das ist total Banane. Das ist ja total doof. Richtig. Deswegen finde ich das auch so anstrengend. Wirkt so leicht die Quest, aber eigentlich ist die mega ätzend. Warte mal, habe ich einen Apfel? Kann ich das denn jetzt ausprobieren? Gibt es nicht eine andere Quest, die wir machen können? Ich habe noch keine Diamanten gefunden. Ach, der Juicer geht nicht kaputt. Das ist natürlich... Oh. Hattest du schon Dias gefunden? Äh, ja. Ich habe ein Dias-Schwert und Dias-Acke. Und Dias auch abgegeben und Dias-Brust habe ich auch. Jetzt geht es aber ab hier in der Konfi wieder. Da bin ich kurz wieder nervös geworden. Ja, ich auch. Ich habe kurz runtergescrollt, weil es bei mir nicht weitergescrollt hat. Hallo du. Du machst mich nervös. Triade. Alter, was? Wenn ich jetzt verrecke wegen der scheiß Triade, weil die nur so... Kannst du mich verarschen? Wer ist das? Wer bewirft mich hier mit Flaschen? Ich gehe nach Hause. Ich gehe weinen. Alleine... Wer ist das? Ja. Das ist voll mies. Die Triade ist ja ein netter Mob, ne? Tagsüber. Und nachts? Nachts glaube ich gar nicht mal so. Äh. Gar nicht mal so nett oder gar nicht mal so? Die greifen dich ja eigentlich nicht an. Aber weil die jetzt so einen Effekt hat, dass die halt Flaschen wirft. Es gibt ja diesen Effekt, dass die Mobs dann so Flaschen werfen. Einfach so Giftflaschen und so. Hat die mich jetzt angegriffen indirekt? Obwohl die das gar nicht wollte. Voll gezwungen. Muss schon wieder scrollen. Was ist da los mit der Konfi? Nur Aufnahmeende. Moment mal. Man kann die Äpfel irgendwie an den Baum pflanzen? Hat er gesagt. Oder war das? Ne. Okay. Ich fähre jetzt erstmal alle Bäume hier, damit ich hier Platz habe. Es gibt irgendwie Äpfelbäume. Ihr schreibt mir ja mal viele Tipps in die Kommentare, ne? Äpfel-Sapling. Ah. Ein Sapling mit einem... Ah, geil. Das ist echt gut. Und dann wird das ein Apfelbaum? Ja, dann wird das ein Apfelbaum. Und dann kriegst du unendlich Äpfel davon. Erstmal drei... Oh, jetzt habe ich Blätter gemacht. Kacke. Also wenn du Papier brauchst, ich habe genug. Man macht Papier hier übrigens aus Holz anscheinend. Ne, aus Saplings kannst du auch Papier machen anscheinend. Aber wie oft braucht man? Man braucht Bücher immer ab und zu, ne? Ja. Hattest du eigentlich ein Texture-Pack hier drin? Äh, ne, hier nicht. Ich auch nicht. Läuft besser ohne. Ja. Man gewöhnt sich dran. Findest du? Ja. Hatte ich jetzt echt nur drei Äpfel und habe sie alle verbraucht? Jetzt bräuchte ich halt noch... Knochen. Das wäre halt mega nice. Damit die Apfelbäume schnell wachsen und ich Essen habe. Ich habe welche in der Kiste, die kannst du dir holen. Ich glaube, drei. Hattest du eine Bombe? Ja. Hier ist noch ein Zelda-Secret. Wuhu. Warte, ich hole sie. Wie ging das so? Okay. Wo bist du denn? In deiner Höhle? Ja, genau. Du musst zu mir reinkommen. Ja, warte. Ich hole erstmal dieses Baumil. Äh. Kiste. Eins, zwei, drei. So. Dann aus den drei Knochen kriege ich ja neun Baumil. Das müsste eigentlich reichen. Na gucken wir mal, ob wir das juicen können oder ob wir die direkt pflanzen, pflücken können. Ah, die sind aber noch grün, die Äpfel. Wären die rot? Oder sind das so Zahnarzt-Äpfel, die keiner mag? Das sind Zahnarzt-Äpfel. Die keiner mag, ne? Fragen wir mal Dr. Schenk. Okay, ich komme zu dir. Hattest du noch Brot in der Kiste? Äh, ne, ich habe Brot dabei. Okay. Äh, einfach hier runter? Ja, genau. Und dann habe ich da einen Gang zum Stripmine. Au, 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 au. Stößt dir vielleicht ein bisschen den Kopf. Au, äh, weiter rechts runter oder geradeaus? Rechts. Oh Gott. Hallo? Oh Gott, hier ist ja voll Disco bei dir. Alle Steine, alle bunten Steine, oder? Das soll so. Ich habe es schon freigelegt. Wirf mal, wirf mal zwei Brote rüber. Zwei. Ich bin auf Sparflamme. Oh, drei hätte sein müssen. So, weg hier. Also das hier, ja, immer weg. Ich werfe. Äh. Okay. Ich mag das Geräusch. Oh, da ist ein Skelett drin. Weg, weg, weg. Oh Gott. Oh nein, ich hole meinen Schlüssel. Die ist abgeschlossen. Ne, warte, ich habe auch einen. Okay, dann geh auf. Bin ich gespannt, was da drin ist jetzt. Glaube ich, hat er auch einen, ne? Du müsstest einen in der Kiste gehabt haben. Oh, ich habe ja einen Knochen. Nice. Du hast mir auch mal den Kopf. Hast du aber einen scheiß Weg gebaut. Da kommen noch Treppen rein und dann... Ich setze mal Stein hier, damit wir gleich wieder rauskommen. Ist das eigentlich... Ach, cool. Der normale Dungeon, also dieser Zelda Dungeon, wird dann auch zu normalen Steinen, sobald er einmal gesprengt wurde. Das ist cool. Das ist ein Small Key, ne? Ja. Gelb, äh, weiß. Ja, grau halt. Von der Zelda-Mod halt. Ja. Kann ich das abbauen? Ne. Das kann ich abbauen. Ja. Bei Goro kann ich gerade gucken, was man so abbauen kann und was nicht. Ich glaube, das lasse ich dem Goro mal. Bin da. Kopf. Auf. Hm. Nichts Tolles. Ne, Fire Arrows sind... Kannst du alle haben. Kannst du haben, ja. Alles haben. Unkaputtes Zelda-Schwert. Das ist das Beste, was da drin. Macht das eigentlich noch Schaden, warte mal. Ne, das macht gar nichts mehr. Das ist nur noch ein Sturm. Du bist... Wo bist du? Ich bin raus. Nein, das macht nur noch so einen HO-Schaden, als ob du nichts in der Hand hättest. Echt? Ja. Ich komme bei dir nicht mehr raus. Ich habe mich verlaufen. Also selbst ich verlaufe mich nicht in meinem eigenen... Einen Moment. Ach, links. Nicht rechts. Okay. Überhol dich gleich. Niemals. Hep, 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 hep. Ach, du beholst mich noch lange nicht. Sehe ich seinen Arsch. Nein. Wer Katze. Nein. Da. Hexe. Nein. Oh, Äpfel am Baum. Äpfel am Baum. Gib mir. Nein. Hexe. Scheiße. Wer Katzen und Hexen. Geil. Weg. Gott. Tür zu. So. Ich wollte mir doch nur einen Saft machen. So. Windhumor. Ein Kindersaft. Ja. Hatte ich noch auch eine Ass Magica Kiste gemacht? Ne, hatte ich noch nicht gemacht. Man kann das Backpack leider nicht ins Backpack tun. Doch. Also das eigene Backpack ins Backpack, aber du kannst ein anderes Backpack ins Backpack tun. Ne, das geht nicht. Klar geht das. Nein. Moment. Du hast doch gerade getestet. Backpack? Oh, dann haben sie es gepatcht. Früher ging das. Geht keine Backpackception mehr. Früher ging das. Früher hatten wir auch einen Kaiser. Ne, viel. Dass du das immer so dramatisch machen musst alles. Ich habe doch auch die erst gefunden. Warum habe ich die Quest dann eigentlich noch nicht abgegeben? Weil du nicht genug hattest? Und man braucht einen. Einen nur? Ich habe die einfach noch nicht abgegeben. Also wie ich mit der einen Quest. Mit der Monster Quest. Schoko, was machen wir jetzt? Hattest du Ink-Säcke eigentlich? Äh, warte. Ne, habe ich nicht. Hat mich irgendwie gewundert. Warum solltest du Ink-Säcke haben? Warum nicht? Ja, wann tötest du mal Tintenfische? Vielleicht kriegt man die noch anders Ink. Ne, nochmal eine Minecraft Ink-Säcke. Okay. Dum, 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 dum. Ich weiß gar nicht, wie viele Quests ich jetzt heute gemacht habe. Ich habe eine. Kann ich das nicht sehen, wie viele Quests ich insgesamt habe? So eine habe ich heute gemacht. Completed Quests habe ich fünf. Ah, ne, zwei. Ich habe die Monster Quests ja vorhin. Ich habe immer noch einen Ankläger. Hä, die Monster Quests ist verbuggt? Ich kann mir da immer Eisen rausholen. Ja? Ja. Das ist doch geil, mach doch. Habe ich jetzt wieder gemacht. Muss ja keiner wissen. So, ich habe jetzt schon mal meine Erinnerungen abgezogen für die zwei Folgen und die Quests eingetragen. Dann habe ich das nicht vergessen. Crazy Dude, in der Folge macht er das. Ja. Click here to start. Vanilla, was hattest du dann? Können wir kurz schlafen gehen? Äh, Vanilla. Du musst die aber auch immer wieder machen. Dann habe ich sie irgendwie, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt nicht die Monster gekillt, die da standen. Ja, doch, over time vielleicht. Das kann sein, ja. Liege ich auch im Bett. Ja, ich würde auch im Bett liegen, wenn das mich lassen würde. So. Dann kann ich mir eventuell mal ein paar Äpfel holen hier. Na, einen. Gut. Den war halt einen. Kann man den nicht einfach, ist der noch nicht reif oder warum kann ich den noch nicht pflücken? Ich glaube, der ist noch nicht reif. Du brauchst vielleicht einen Pflücker. Den Apfelpflücker. Warte mal, ich probiere das mal an diesen Birnen. Ja, die Birnen. Ah, okay. Wenn die reif sind, kann ich die... Du Misthexe. Ernsthaft. Okay, wenn die reif sind, kann ich die einfach rechts klicken, dann fallen die ab. Okay. Also jetzt eine Birne. Kann ich Birensaft machen? Kein Birensaft. Alter, jetzt bin ich mega vergiftet. Und eine Werkerze. Ich sterbe. Oh Gott. Warte nur auf den Chat. Ja, warte drauf. Ich habe nämlich nur noch ein halbes Herz. Okay, jetzt hat die Vergiftung... Kannst du aber nicht an Vergiftung sterben. Nee, das stimmt. Habe ich gerade auch gemerkt. Aber die Wehrkatze stand noch vor mir, aber die habe ich gerade gekillt in dem Moment. Alter. Weißt du, du hast mir umsonst Hoffnung gemacht, dass du stirbst? Du bist ganz schön gemein zu mir. Boah, ich dachte kurz wieder, da war wieder was in der Pixelmon, Dings. Kommst heute nicht mehr dazu. Ich fürchte es. Scheiße. Vorher müsste ich eigentlich noch einkaufen heute. Ich müsste auch noch kochen heute. Aber ich bin ja befreit. Aber das kann ich nicht, Schatz, wo bestellen heute? Oh, sie guckt mich ja. Wollen wir das an Böses gucken oder wollen wir das an Liebes gucken? Meine Freundin wird in dem Fall lieb gucken, weil ihr das erspart. Oh, meine guckt auch lieb. Ich möchte gerne bestellen heute. Soll ich mein Konto einmal checken? Ich habe sonst Bargeld da. Von der Kuhn. Wir bestellen heute. Ich muss dann aber aufnehmen. Ich muss dann hier sitzen bleiben. Sicher ist sicher. Kannst ja schon mal was aussuchen. Ich nehme eine Pizza, Gogo. Danke. Für mich ist eine Pizza. Aber Ohno, so soll on this, bitte. Ich meine, das ist alles. Folge 6, Wende. Echt? Ja. Scheiße. Denkst du dir keinen Timer mehr? Ist das so? Nee, ich habe gerade OBS am Laufen. Wo mein Handy nicht hier liegt. Deswegen habe ich OBS gerade benutzt. Naja, gut. Wollen wir ins Portal springen? Wollen wir lieber Vergangenheit machen? Ja. Okay. Okay, ich lauf. Oh, scheiße. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Ja, 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 ja. Ich bin drin. Komm, Gogo. Nimm meine Hand. Nimm meine Hand. Ja, genau. Tschüss.